Vers 12 Der gleiche Mahavishnu ist in der materiellen Welt unter dem Namen Narayana bekannt. Von dieser ewigen Person entsprang die ungeheure Wassermasse des spirituellen Ozeans der Ursachen. Der vollständige Teil des im Paravyoma weilenden Shankarshan, der erwähnte höchste Purusha mit tausenden von vollständigen Emanationen, ruht im Zustand göttlichen Schlummers, Yoga Nidra, auf dem Wasser des spirituellen Ozeans der Ursachen. Erläuterung Yoga Nidra, göttlicher Schlummer, ist als ekstatische Trance zu verstehen, die ihrem Wesen nach die Glückseligkeit der wahren essentiellen Persönlichkeit ist. Die zuvor erwähnte Ramadevi ist Yoga Nidra in der Gestalt Yogamayas.